Mein Rasierer ist tatsächlich wieder da, aber ich habe mich jetzt noch nicht rasiert, weil ich irgendwie den Bart inzwischen mag. Er ist schon lang geworden, ne? Ey, wait, wir haben ein Challenger Lobby bekommen. Das ist Reckless. Ich habe gelogen, die sind alle gar nicht Challenger. Die sind alles Grandmaster Noobs, what the hell? 10, 1, 12! Alter, was für ein schlechtes Team hat der, der bitte? Aua, das hat mir jetzt gerade richtig Schmerzen bereitet. Ey, holy shit, der Arme. Nice. Perfekt. Wir haben unseren Mittler in Level 2 gegeben. Dankeschön. So nice mit Reckless immer, ne? Man kriegt immer einfach so einen guten Pull bei ihm. Das war überhaupt nicht schlau. Mein Pat Reckless schreibt, yeah. Was ist mit dem Account? Leute, der Account, also das Ding ist, der Account war vorher legit in jedem Game in der Challenger Lobby. Das heißt, der Account hatte vorher 800 bis 900 LP. So, und dann habe ich halt einen Monat nicht gespielt. Das heißt, der Account ist ein bisschen decayed. Also, auch ein mehrmäßig decayed, ne? Also, inflatiert. Das hat schon ein Verb. Inflationiert. Okay. Okay. Das macht Sinn sogar. Nice. Oh. Okay. Reckless. Holy moly. Okay. Rony. Die Evelyn ist tot. Die arme Evelyn? Aber wisst ihr was? Wir dürfen die Raptonic klauen. Äh, den Blue von die Gromp nochmal klauen. Oh. Oh. Das wollte ich erst lassen. Guys, das war wirklich nicht on purpose. Ich meine das ernst. Das war nicht on purpose. Du bist so fucking tot, mate. Du bist so fucking tot, mate. Okay. Wir sind schon alle tot. Holy shit. Ah, dieser Ion. So geil. So, jetzt hab ich erst Schaden. Ich hatte vorher gar keinen Schaden, ne? Ich hab tatsächlich gar nicht. Also, null Damage gemacht, hab ich. Nein. Reckless mag es, Blue-Buffs wegzunehmen. Habt ihr das gestern gesehen? Der hat auch Captain Blue weggenommen. Mann, dieser Scheiße, ja. Ach. Ich würd kotzen. Ach. Fuck him. Geht aber, glaub ich, auf den nächsten. Okay. Ah, wie sie das blockt, ey. Lieb von ihr. So, AP kurz vor einmal verdoppelt. Jetzt rein da. Fakt er sich nicht, wo ist die Shibana die ganze Zeit. Hätte ich verloren, außerhalb des Turrets. Ich mein, ich meine erste Ege Mistup? Maybe, ne? Ich glaub, der Ezreal ist rausgegangen aus dem Fight. Ah, ne meins. Jetzt ist er. Wir müssen ja raus. Scheiße. No. Ich mein, eine E macht schon tausend Schaden. Ist ja nicht wenig oder so. Ah, Shibana ist Inting. Guys, kill her. Thor? Oh. Bei Äh. Hehehe, hahahhhahah. Ha-ha-ha-ha-ha. Pfff. Eigentlich will ich so gerne noch alles killen, aber, I mean, mann, ich hätte alles gewonnen, hättet hier, nein, why do you end? Ich glaube, der Reckless hat mich geonert. Ich kann es hier nicht so sehen, aber na gut. Warte mal, die Gegner haben, Miki, Kurbel, das Kern-OTP, dann haben sie den guten Top-Laner, eieieieiei. Ich glaube, die anderen machen die Top-Kurbel, ich kann die nicht contesten, mein Midlaner-Space, mein Top-Laner wird eingepusht. Ich hoffe, die Bot-Kurbel ist da, also ich hoffe, ich habe es nicht falsch gelesen, dass sie nach Bot-Seite gefolgt ist, das wäre terrible für mich jetzt, wenn ich das verliere. Müssen wir tatsächlich mitte-gacken oder so, oh, scheiße. Actually, ich bin so lucky. Halt, ich liebe ein geiles Team zu haben. Nice one, ja. Alter, ich bin so gef- ich werde so gef- ich werde so gefüttert. Ich mache meinen Maul auf, aah, und ich werde, da wird einfach, da werden einfach Sachen reingesteckt. Leute, ihr müsst nicht immer alles sexualisieren. Was ist denn los mit euch? Goodbye, Miki. Okay. Das ist so angenehm. Du fullclears einmal, gehst irgendwo hin, kriegst, kriegst ein Play und gehst direkt nochmal resetten. Ach ja. I don't think I can. Ach du scheiße. Ich hätte es nicht machen sollen. Mit Ult ist es super easy gegen Dian, aber ohne Ult ist es relativ schwierig. Ich habe es nicht gemacht. Wir haben den, ich bekomme den ja so, aber doch wie die andere. Nice. Ach, come on, ich kann nicht auf Gordring, kann auch put sie Seeds. So, wie viel ist das leider? Scheiße. Ja. Oh, da sind noch zwei am Leben? Ich würde einmal reingehen sollen. Ich brauche einen Kill, einen Tod. Einen Kill, einen Tod, Guys. Wir fahren erst auf 1,8,7. Okay. Ich glaube, ich habe nicht die Freiheit, dass ich das entscheiden kann, weil ich glaube, das Game ist zu close. Ich weiß halt tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. No, 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 no. Okay. Ja. James fucking hört, ha? Damn, Alter. Holy shit, war ich overpowered. Ich war einfach unkillbar. 26 nur? Wie? Wie 26? Wie meine LP-Gens werden untergehen, wait what? Ja. Wie ist die Holding? Wie ist das? Wie ist die Holding? Wie Dann trying 찾 intel, ja? Wie kommt irgendwas? Wie ist das? Das war's für heute.